Bubble Studio Present by Mooney Indies Mooney Indies Sorry Und da haben wir Haven Park Die Demo-Version Und damit seid ihr gewusst meine Zwerge, Gnome, Hobbits Und in eurem zu Netztests Haven Park Oder Haven Park Von der NIA Arena 2021 Online Das war ein bisschen verkehrt rum Mit dem Svengelfurst von der Gamescom 2021 Online Und wir spielen Haven Park Die Demo Auf geht's! Neues Spiel Tiny Exploration Game Aha Erinnerst du dich? Du warst Du warst noch ein Kind Das lange Summertage Beim alten Turm gespielt hat Und sich seine eigenen Abenteuer vorgestellt hat Ich kann mich kaum erinnern Oma Ich glaube ich bin noch nicht bereit Ich meine Das ist zu viel für mich Das ist zu viel für mich Flint Ich war etwa in deinem Alter Als ich angefangen habe mich um den Park zu kümmern Anfangs Anfangs war ich überfordert Anfangs war ich überfordert Hat sich um mich Hat sich um mich gekümmert Hat sich um mich gekümmert Ein wundervoller neuer Tag beginnt Ein wundervoller neuer Tag beginnt Nicht so richtig Schon ok Du kannst bei der Sonnenbucht anfangen Sonnenbucht Das ist das nächste Kern Von hier Geh einfach Richtung Westen Du findest es schon Was kann ich noch machen Ich konnte Verzeihung Ich konnte in letzter Zeit nicht viel arbeiten Wahrscheinlich sind viele Sachen kaputt Du kannst sie reparieren Ok Ich bin sicher Du findest deinen Weg Na los Mayquest Findest du das Camp An der Sonnenbucht Auch putzig Das kleine Kumpel Wege dich in die Richtung Ok Wir haben uns in die richtige Richtung bewegt Oder was Tapsen wir hier voran Zumindest Sommer Camp Ein bisschen umschauen Ich drücke zum Beispiel gleich ran Nicht genug Ressourcen im Moment Ja gut Wir müssen erstmal sammeln Was haben wir hier? Zwei Stoff Zwei Stoff Oh Hat sie den Parken entstand So viel kann das Tragen das Ding Das kleine Ding Was hat sie denn Pusten 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 Ist das nicht fantastisch hier? 5 Jetzt können wir auch noch reparieren oder? Ah nicht genug Ressourcen Na toll können wir später noch mal wieder stellen ist zu schwer müssen das camp noch finden das ist hier unsere hauptaufgabe ich habe ein camp gefunden ich sollte es zu meiner karte hinzufügen in meiner erinnerung sei es hier besser aus das mal sehen ob ich ein bisschen was bauen kann wie ein paar zelte oder ein ort zum essen so wird die camper sich erfolgen ich finde alle camps schwarzer turm habe ich ziel von ok ist der schwarze turm ein lagerfall kann man bauen ein holz ich glaube man braucht mehr für ein lagerfaller wenn man ist sicher aber ich meinte dass man mehr als ein holz braucht platzieren in der bank wird hier platziert ich wollte dass ich würde das ein bisschen ich bin nur kristen zählt der modell stoff für zum phoenix mehr so wieder abreißen drehen ach so müssen wir einfach laufen sehr schön das ist eine ressourcen sammeln und der bauer weiter bauen können in der münze hurra sauber noch mehr münzen aus ein drück nach tab um die karte zu öffnen gut das erfahre ich jetzt schwarze turm den turm selbst habe ich noch nicht gesehen aber ok spiel spiel double tap vielleicht findet sich hier oben noch was wenn er putzt ich das kleine kürten hier Holz Steinschlag Oha, fertig für das kleine Ding Ok, wo bin ich eigentlich? Sieht man auf der Karte nicht wirklich Muss ich mal einen anderen Weg finden Achso, ja, einsammeln wollte ich Das kann man nicht einsammeln Aber ich kann mal ein bisschen planschen Das Wasser schwimmen Sehr schön Wie liebevoll gemacht Fantastisch Haben wir glatt noch ein weiteres Highlight Von der Indie Arena gesehen Sehr schön Können wir jetzt was bauen? Zum Beispiel ein Zelt Ja, ein Zelt können wir Wir können hier noch hinbauen Ja, vielleicht hier so In dem Bereich Oh, das müssen wir eigentlich nicht großartig drehen Ja, so vielleicht Level 1 erreicht Du hast einen Skillpunkt verdient Na toll Richtung Canyon Nicht mal ein Automaten Oder sowas Ja, sorry Wir sind hier in der Wildnis Snack-Automaten gibt es hier noch nicht Vielleicht dann irgendwann mal Wenn ich nur Höchstländer habe Ein paar Pilze Geht es jetzt wie lang Canyon Schwarzturm Okay Aber jetzt Vielleicht wieder ein bisschen Holz losgefahren Wird ein Camp entdeckt Oder was? Aha Nicht in den Wemond halten Ich finde das Camp in der Sonnenbucht Ja, das ist Salz Da sind wir wahrscheinlich schon vorbei Das ganze Röl Jetzt schleppt das Team mit sich mit So ein kleines Ding Ein Vögelchen Dass das hier mal nicht zu schwer wird Dann wird zwei Schamotohäusern noch, oder? Mindestens Heute zum Canyon Westbach Schön gröten links Zum Canyon wollte ich Heute mal gucken Ich darf schon hinkommen Kein Zutritt Aber für die Timo ist das gesperrt Er ist in der Vollversion Spielbar Verständlich Okay Das kann man nicht aufgeben 3 Westbach Und Toter See Dann gehen wir doch erstmal zum Westbach Dann gehen wir doch erstmal zum Westbach Dann gehen wir doch erstmal zum Westbach Oh was zum Essen zählt Das kann man nicht machen Ein Schaukel können wir hinstellen Und ein Radio Geolanden Ein Ace Stand Nicht einmal ein Grill hin Ne grad nicht Sorry Wir sind eine Grill Station Sehr schön Das ist im Wald vielleicht nicht die glückste Idee aber okay Hallo Kämpfst du hier auch? Nein ich kümmere mich nur um den Park hier Oh Also ich muss schon sagen Du machst einen tollen Job Nein ich weiß nicht Ich bin noch recht neu hier dabei Ich lerne noch Ich bin sicher du wirst super an dem Job Okay weiter gehts Okay zum Sonnen Dings müssen wir noch hin Und dann Getreffene Camper 1 von 1 Okay Eigentlich haben wir schon 2 gesehen Aber okay Holz einsammeln Das haben wir gebrauchen Das ist eine Sommercamp müssen wir auch finden Nummer 2 Nummer 2 Und die Karte hat sich vergrößert Na Stück für Stück immer weiter Level 2 erreicht Du hast 1 Skillpunkt verdient Setzen können wir es nicht Schade Okay Okay Und hier können wir ein bisschen auf Planschen gehen Ohne keine Insel Münster Nicht zu weit raus schwimmen Nicht zu weit raus schwimmen Das endet nicht gut Abriert Abriert Das nächste Camp Ah die Sonnendurcht habe ich gefunden Sehr schön Achso Achso hier müssen wir nochmal einen finden 0 für 0 Ne Müssen wir nicht Sonnendurcht 1 1 2 neue Skillpunkte 1 neue Skillpunkte 1 neue Skillpunkte wahrscheinlich 1 2 2 3 5 1 3 3 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 7 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 5 6 12 12 14 14 15 Bist du dann mal wieder hoch zu oben oder was? Niemals hin. Gibt es vielleicht noch ein Camp? Oder was haben wir da? Das muss man glaube ich von der anderen Seite kommen. Du siehst du musst gehst, wenn du mit den Skills ernährst. Oh hier, Skillpunkte. 8% von alle Camps. Oh ja, das würde noch eine Wende dauern. Münzensammler. Ein Skillpunkt. Mein Metall ist immer gut. Da haben wir kein Geld mehr vor oder was. Ja gut. Da kann man ja so ein bisschen Skills leveln. Westbach hier war noch schon. Das ist da oben. Okay. Wurde ich mal sagen. Ne, zum Canyon bringt uns auch nicht weiter. Ich mal in dieser Richtung. Münzchen, Pilze. Level 3 habe ich erreicht. Na sehr schön. Miet im vollen Spiel zu gehen. Ja, ja gut. Rausschwimmen können wir also nicht. Okay, versuchen wir noch zum Obertritt zu kommen. Und jetzt sagen, dass wir das Sommercamp erlebt haben. Was wir gesehen haben. Tja. Münze. Wissen wir mal den Pfad folgen. Können wir schon irgendwo an. Toter See, da wollen wir durch noch nicht. Oh ja. Ganz reinbekommen. Oh, okay. Es brennt. Ein brennender Fackel in der Hand. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Achso, Nacht wahrscheinlich deswegen. Und jetzt natürlich auch mal. Und jetzt kann ich den Pfad jo. Und ich mache nun jetzt schon mal. Ich mache jetzt schon mal. Oh, nein. Nicht genug Ressourcen, ok. Nachts im Zelt schlafen, ok. Du musst aber erstmal in ein Camp kommen. Nein, die Münze einsammeln. Hm, mach Licht an. Es füttert sich Nacht. Da könnte man ein Zelt dauernd bei einem Camp fahren. Westbach. Zelt. Er schläft. Schlafen gehen. Gute Nachts. Ich bin keine Morgenperson. Ok, ich würde mal sagen, du sollst es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da neuerseits. Und schaut auf Twitch vorbei. Wenn es euch gefallen haben sollte. Ok. Können wir nicht drauf schlagen und euch drauf Pause nehmen. Ah doch, haben wir. Jetzt müssen wir einen Galanten aufhängen. Das kann man vielleicht noch hinkriegen. Und Party machen. Aktivitäten. Radio. Ist ja fantastisch. Neben das Zelt. Das sind Erfahrungen. Westbach habe ich gewohnbar gemacht. Sehr schön. Na dann. In dem Sinne. Ich habe noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Und man sieht sich. Haut dran. Tschau. Kommt. 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 W11-O Kristaps. Kommt. Kommt. ks многие. Empezations mit dem Essen. Untertitelung des ZDF, 2020